Guten Tag, mein Name ist Gerhard Roth, ich bin Schriftsteller und Dichter und lese heute eine Geschichte über einen Apfelbaum vor, über ein Stück Apfelbaum. Wenn nämlich ein ganz besonderes Stück von einem ganz besonderen Holzschnitzern ganz besonders wird, dann ist daraus folgende Geschichte entstanden. Paradies-Schnitzer. Der alte Menken hat mich ganz sorgsam behandelt, abgesehen von seinem scharfen Schnitzmesser und der Kopenhobelbank. Das musste wohl so sein. Es hat nur ein kleines bisschen wehgetan. Er hat mich mit seinen feinfühligen Händen hin und her gedreht, bis er meine schönste Maserung vor Augen hatte. Und dann hat er mit mir gesprochen in seinem urbayerischen Dialekt. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber seine Stimme war so schön mit ihrem sonoren Unterton und hat mir Vertrauen eingeflößt. Er hat immer wieder in seinem Bad vor sich hin gebrummelt, dass ich das edle Holz von vielen anderen Werkstoffen unterscheide und dass es ein lebendiges und organisches Wesen sei und vor allen Dingen, dass ein Baum leben und atmen würde wie alle anderen Lebewesen. Manchmal hat er mich an seine Brust genommen und lange eindringlich betrachtet. Und ich habe aufgrund meiner Maserung gleich gewusst, was aus mir werden soll. Keine Holzspieleisenbahn und auch kein Kipplaster. Es sollte ein Mensch werden. Ein männlicher Mensch. Ich habe meine knubbeligen Astknorren an den entsprechenden Stellen, genau wie der alte Menke. Aber mein Holz hat noch viel Platz gehabt für etwas anderes. Und ich habe es in den Augen des Holzschnitzers gesehen, was er mit meinem anderen Teil vorhat. Dann ist es mir ganz warm geworden und meine eingewachsenen Astknorren haben heimisch zusammen in seine Stimme wohlig geknurrt. Er hat mich oft in seinen Händen gedreht und mir durch seinen grauen Bart gesagt, dass das Holz eines gefällten Baumes immer die Eigenschaften des lebendigen Baumes behält. Wie wahr! Während er an mir herumschnitzte und immer wieder mit seinen Fingern über meine Astknorren strich, hat er vor sich hin geprummelt und gut orale Laute von sich gegeben, als wenn man ein quäkendes Kleinkind beruhigen würde. Dann habe ich das Gekratzer des scharfen Schnittsmessers gerne in Kauf genommen. Ich komme ursprünglich aus dem Baytischen Wald. Da gibt es viele Fichten und Tannen und Eichen und Buchen, aber nur wenige Apfelbäume. Und ich bin einer von diesen ganz wenigen. Ich bin auf einer abgeernteten Streuobstwiese übrig geblieben. Meine Mamas und Papas und Tanken und Onkel und alle meine Verwandten haben damals die schwarzhusigen Köhler zur Holzkohle gebrannt. Asche ist auch eine Form von Ewigkeit. Aus der Asche entsteht immer wieder etwas Neues. In seiner Werkstatt mit den blinden Fetsterscheiben hat es immer so gut gerochen. Er hatte einen alten Bullerofen, auf dem immer ein Leimentopf stand. Und der Leim war nicht irgendein moderner Huhu aus der Schnelldrücktube, sondern ein heiß gewordener Plutolinleim aus Knochen- und Lederresten. Ich weiß noch genau, während ich doch unbearbeitet auf der Werkbank lag, als ein Junge mit einem kaputten Schraubelpferd kam, von dem zwei Beine abgebrochen waren, weil seine Schwester zu heftig geschaukelt hatte. Der Junge hatte zwar versucht, die Beine wieder einzuarbeiten, aber der alte Menken hat nur in seinem Bad gelächelt und sich der Schadens angenommen. Später, als das Schraubelpferd repariert war, hat er dem Jungen gezeigt, wie man aus so einem schönen Stück wie mir etwas Wunderbares machen kann. Also hat er mich wieder genommen und gedreht und an mir herumgeschnitzt. Der Junge hat volle Interesse zugesehen und mit ganz großen Augen gestaunt. Und als ich beinahe fertig war, hat der Junge gefragt, ob er nicht auch eine Frau machen könnte. Da hat der alte Menken wieder in seinem Bad gelächelt und vor sich hin gebrummelt und aus meinem Holz, übrigens aus einer meiner wunderschönsten Maserungen, eine weibliche Figur geschnitzt. Es hat ziemlich lange gedauert. Und dann ist der Junge gegangen und hat auch vor sich hin gelächelt, nur, dass er keinen Bad hatte. Ich lag so auf der Werkbank herum und habe mich so richtig gelangweilt. Was hätte ich auch anderes tun sollen? Ich habe auf das feine Schleifpapier gewartet, Körnung 140. Dabei hat der alte Menken den Knochenleim auf dem alten Bullerohr wieder aufkochen lassen und vor sich hin gesagt, dass er uns beide zusammenfügen wollte. Denn nach dem Auszapfen von Fugen wäre das Leimen von Holzverbindungen sehr, sehr wichtig. Und die Voraussetzung dafür wäre, dass die ineinander greifenden Teile genau westend zusammenpassen würden, damit der Leim in die entsprechenden Holzporen gepresst werden müsste. Und dann hat er uns zusammengedrückt und den Leim auf die verbindenden Teile gestrichen. Fast ein wenig zärtlich mit seinen knorrigen Schnitzerhänden. Aber dann hat er doch gemerkt, dass wir beide, der Holzmann und die Holzfrau, doch so oder weitens nicht zueinander passen. Er hat nicht groß überlegt, sondern eine Faser an unseren Zapfel und Dübel gefeilt. Dann hat es nach langem Handrücken gepasst. Mein weibliches Apfelbaumpandant mit den wunderschönen Maserungen hat haargenau in meine Knochen eingepasst. Der alte Menken hat uns dann weiter auf die Hobelbank gelegt, damit wir trocknen könnten. Und es hat so ausgesehen, als wäre er ziemlich zufrieden mit seiner Holzschnitzarbeit. Und dann ist er weggegangen. Vielleicht musste er mal pinkeln. Auch Holzschnitzer müssen gelegentlich mal aufs Klo. Der Leim auf dem Bullerofen hat laut vor sich hin gepluppert und ich habe all meine körnigen Maserungen aufgestellt wie eine Holzgänsehaut. Ich habe ein sehr, sehr ungutes Gefühl gehabt. Meinen verzapften weiblichen Pendant ging es auch nicht anders. Einer ihrer Astknorren hat immer wieder ängstlich zu dem Leimtopf auf dem Bullerofen geschielt. Rauch ist auf dem Topf aufgestiegen. Rauch, der so aussah wie eine geringelte Schlange. Schön und grässlich. Und dann, dann ist das passiert, was ich befürchtet habe. Der Leim ist übergekocht und auf die Herdplatte gelaufen, auf den Fußboden geträufelt und dann hat der heiße Leim die Schnitzelstücke zu einem Feuer entfacht. Erst war es ziemlich schwach und die Schnitzelstücke haben nur vor sich hingeklimmt. Aber dann ist eine Feuersäule hochgelodert und hat alles in Brand gesetzt. Mein weibliches Pendant und ich waren entsetzt. Wo war der alte Menken? Warum hat er uns alleine gelassen? Warum? Warum musste er ausgerechnet in diesem Moment aufs Klo? Es hat schrecklich gebrannt. Die aufgeschichteten Stapel Hölzer, die Dosen mit dem Bienenwachs zur Oberflächenbehandlung, der Zaponlack, die Grundierung, die Beize und all die zur Hälfte gefährdigten Werkstücke. Die gesamte Werkstatt. Und am schlimmsten haben die Spanen dort gebrannt. Es war ein fürchterliches Feuer. Irgendwann kam der alte Menken und hat uns mit viel Wasser gelöscht. Ich habe ihn dabei ins bärtige Gesicht gesehen und nicht so genau gewusst, ob er lacht oder ob er weint. Aber da waren wir bei den Apfelbaumteilen schon ziemlich verbrannt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass mein weibliches Pendant sonst so gut gerochen hat. Und jetzt, jetzt auch so ein wenig streng, aber ich habe mit meinen Astknorren gefühlt, dass von mir auch so einiges verschont geblieben ist. Und irgendeiner von meinen Eichenschwibschwägern hat mir mal erzählt, dass die Knorren am wichtigsten wären. Denn die würden alles überleben. Ungefähr so, als wenn Kieferenzapfen die Hitze in dem Feuer bräuchten, damit sie sich entfalten und vermehren könnten und neue Sämlinge für ein neues Geschlecht entstehen lassen würden. Ja, so war das mit dem Feuer und der Asche rund. Ja, jetzt sprießen aus unseren übrig gebliebenen Knorren neue Keime. Ich fühle mich wieder ganz grün und mein weibliches Pendant auch.